ein wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir leute ja wir gehen mal wieder auf meine neues projekt würde ich mal sagen ja da hatten wir auch letztens wieder ein griefer drauf leute der hat mich hier hinten bei und sie kann mal gucken der hinten bei 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 silveston leute hier jetzt ist weg habe ich ja weg gemacht hier war alles voll mit laber einer schönen laber hingesetzt habe ich erstmal wieder weg gemacht musste sein musste musste sein ja dann haben wir hier von teo sein riesen luxus schiff ich weiß nicht ob das fertig ist das gucken wir uns alles später an aber ja wie ihr seht die eskalieren ja alle leute wenn ich immer drauf bin dann eskaliert das ja auch die bauen alle so schnell dass ich mit den inseln langsamer hinterher kommen muss eindeutig aber erstmal fliegen wir zu meinem luxus schiff was natürlich hier steht da habe ich auch fleißig weiter gebaut wie ihr seht da ist das dieses lange geschoss das werden auch echt das wäre noch ein tick größer leute das sage ich euch da gibt es noch einiges zu aber wir können mal kurz eigentlich weiter bauen oder eigentlich schon eigentlich schon aber ohne moment leute ich geht gleich weiter hier sind wir mal kurz das machen ich überlege nämlich gerade ob ich hinten weitermache oder vorne das ist ja wieder die frage in diesem spiel aber erst mal suche ich kurz was bevor es weiter geht hier da ist es auch nicht da müsste er mit sein ich suche ein bild das finde ich natürlich wieder nicht doch da nicht da so fangen wir von hier an da machen wir es auch gleich da muss ja alles passen hier und soll das hier ja gar nicht hin so drei hier machen wir auch gleich drei das geht jetzt erstmal ein ganzes stück noch nicht da müssen wir jetzt endlich mal ordentliches stück höher leute richtig hoch muss ich sagen richtig richtig hoch hier genau da gucken wir später wenn man das erstmal doch da müssen wir hin soll ja da gerade werden an der seite aber da müssen wir hin eindeutig jetzt fangen wir hier wieder an ach guck mal leute ziehe uns beigetreten dann kommt auch gleich meine party pass auf passt auf es dauert nicht mehr lange kommt höchstens gleich zu mir und dann guckt er erstmal kommt er nicht oder was ist da los was ist da los mit dem komm wir holen uns mal zu mir zu mir er sucht party leute er sucht die party pass auf sag ich doch da wie ich es eiskalt in der aufnahme gerade gesagt habe ich nun gerade auf der aufnahme dings dass du bestimmt jetzt die party so zwar du nicht bewegst und was ist er kommt in die party in dem moment ja leute ziel ist in der party jetzt und wir bauen hier immer noch weiter bevor du irgendwie rum fliegst helfen wir das ding muss noch bin es ungefähr der diese höhe glaube ich haben mal gucken wir wie das aussehend ja das muss es diese höhe muss er noch haben helfen wir mal das wäre egal von dir fang doch an den einen block an dass du die nächste reihe ziehst und ich fange dann gleich wieder mit den nächsten an genau ja genau da du brauchst ja immer nur einen versetz machen das ist doch genau so ja ja brauchst du ja nicht so leute ziel hilft mir wunderbar gerade das ist sehr geil dann haben wir die reihe nämlich schon mal das wieder ein stück fertig hier aber dafür brauche ich noch echt lange leute das sag ich euch für das schiff das soll auch komplett eingerichtet werden das will ich komplett eingerichtet haben mit motor und was weiß ich nicht alles ja zimmer alles drin was ihm halt in so ein passagierschiff oder gehört so leute guck mal wie schnell wir auf einmal sind hollala die weit wir das geht ja recht geil muss ich sagen gerade das läuft gut ich bin auch nicht lange online ziehe ich fahr heute noch weg ja guck mal da müssen wir jetzt erstmal abwarten da müssen wir so der kommt so der so ja das ist ja die er ist ja auf der map aber ich komm nicht rauf ich wollte auch rauf aber geht nicht ist wieder voll ja leute ja leute ihr könnt mal in die kommentare schreiben wie ihr das schiff findet das ist echt monströs wert das also das ist echt der überträumt trumpfe ich mich selber mit schufbau da bin ich eigentlich kriegsschiffe gut aber sonst eigentlich nicht so aber wir gucken mal pnt baut das leute guckt euch das mal an das sieht doch schon heftig aus eh oder warte mal jetzt überlege ich gerade warte mal wir machen das mal so warte mal hier müssen wir doch noch ein dicker ziehen warte das muss alles bis hier ein dicker auf der seite guck mal wie ich das hier mache siehst du das das muss ein dicker das sieht sonst nicht gut aus so perfekt so muss das sein ich hoffe ich bin jetzt da richtig oh mein höher ne sind richtig geil das passt doch so dann haben wir das stück nämlich auch dann nimmt das nämlich die form schon mal groß richtig an was denn das ist auch verkehr was machst denn du hier hier sind wir auch verkehrt so und jetzt noch ein dicker so der muss auch weg so das muss alles zuhörens hier das ist echt die krönung das ist geht aber schnell wir stehen einfach eiskalt im weg so guck mal hier müssten wir eigentlich noch zwei dicker will ich hier noch also auf jeder seite so zwei runter machen wir hier auch nochmal das kann doch sein dass wir noch höher bauen je nachdem wie wir die etagen hier rein ziehen wir müssen ja mal hier haben wir eine wenn wir ja hier noch eine und dann haben wir hier oben eine drei stück perfekt das passt eigentlich dann braucht genug platz dazwischen alles einzurichten leute hier machen wir ein fenster und hier ein fenster und dann ach da können wir nicht mittig ach das ist doch kacke so da drei stück jetzt müssen wir das auf eine andere seite übertragen ich hoffe wir kriegen das hin schwarz ja schwarz so umdrehen da drei frei und da jetzt muss das eigentlich passen ich hoffe ja es könnte ja 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 das passt gut so ja leute von heute so guck mal dann geht das nämlich hier los so wie haben wir da frei 1 2 3 4 5 5 wir machen erstmal so nach hinten dann habt ihr heute mitgekriegt leute ich war auf der ps3 am 9 heute morgen ja ja siehst du auch wie ich die striche gezogen habe genau nochmal ja alles gut so leute jetzt merkt ihr gerade mal wie lang das schiff wird also wie lang das gerade schon ist das ist echt saulang schon aber das ist das erste mal dass ich so ein passagierschiff gebaut habe das allererste mal ist das ja ja kriegsschiffe habe ich sonst immer neu aber hier machen wir jetzt erstmal weiter 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 5 frei beim sechsten hin war doch richtig ne 3 4 5 ja ja äh leute den werfen wir raus weil ich die noch nicht kenne dann machen wir die haben sogar so verlassen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 5 5 6 3 5 6 3 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 sechs leute das hasse ich immer dieses abzählen in minecraft aber wir wollten das so haben also muss es auch so gemacht werden werden sie auch anders bauen können aber das ging doch jetzt eigentlich recht flott gerade und hier leute du bist schon verkehrt zero guck doch mal hier dahin jetzt hast du den ersten drei das sind auch drei ne verkehrt das sind vier zwischen immer fünf zwischen lassen schon wieder vier guck du nach ich mach so schnell geht das doch hier das ist eigentlich ratzefatzel jetzt bin ich mich gerade im fluss drinnen sollten wir nicht aufhören immer fünf zwischen lassen ne guck zimmer einmal fast bei jena leute da haben uns verbaut das war natürlich doof aber das haben wir jetzt gerichtet passt leute sei doch passt nice leute das ist die erste schicht die ich vor hatte und die das sind eben halt diese ganzen sage ich jetzt mal kleinbalkon dazu die gehen auch zwei rein das können wir auch schon mal machen aber das muss aus holzboden sein das ist blöd halt wehtun würde sie doch so längst hier so viel einfacher tak 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 ja ja wieder reparieren mal ja leute guck mal wie weit wir jetzt eigentlich schon wieder gekommen sind endliches schlück aber dieser pr4 kommen auch leute der geht mir so auf den pimmel nice und dann wollte ich hier hatte ich mir vorgestellt ja mit den holz ich will einmal sehen wie das aussieht ich stelle mir nämlich was richtig bildliches vor vom schiff her es war nämlich ultra heftig während des schiffes ne frei erfunden gerade alles ich kenne ein schiff die heißt stena line heißt die steht in kiel und da gucke ich ja gesagt weiß ich ja weil ich hier gesehen habe gucke ich ein bisschen was ab von aber das ist ja ein schiff was eben halt noch nicht im minecraft gibt das ist ja das aber wir haben das jetzt soweit eigentlich fertig gerade es ist mega chillig teleportieren weg wir gehen mal kurz rechte mal gucken was er will wenn er jetzt gleich rum fliegt weil er rechte hat denn ja da gibt es ärger der schreibt einer der spand einen richtig heftig zu und erzieher wieder ein zu sparen kann das ist unnormal ja mach mal damit wir den boden schon mal gleich haben damit ich weiß dass da boden reinkommt heftig 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 das kann echt lange dauern guck mal was ich gerade mache ich krieg noch ein paar mehr ich weiß nicht wie viele aber es soll schon von der breite und der größe genau passen aber erstmal machen wir hier ein bisschen weiter muss oder so gleich los muss ich scheiße ich fahre eine einkaufhörde nö so das machen wir nochmal ganz kurz zu ende und dann muss ich gas geben aber das video muss ich jetzt gleich noch hochladen sonst schaffe ich das nicht so das haben wir 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 das das so nice weiß ich nicht so leute wir verabschieden uns mal von diesen ausblick hier von diesem ich will mal von der seite sehen leute von den ausblick wünsche ich euch einen schönen restigen tag und bis heute im live stream leute heute abend, so tschüssikoski bis zum nächsten mal